Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie die Klimaregelautomatik in den Dual-Modus schalten. Berühren Sie einfach im Klimaanlagenmenü die Schaltfläche Dual. Jetzt können Fahrer und Beifahrer die gewünschte Temperatur getrennt einstellen. Zum Ausschalten des Dual-Modus drücken Sie diese Schaltfläche erneut. Um das Menü zu verlassen, führen Sie beispielsweise diese Wischbewegung durch.